Torwart-Legende Gianluci Buffon kehrt nach nur einem Jahr zu seinem langjährigen Klub Juventus Turin zurück. Laut Verein unterzeichnete der 41-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2020. Nach dem spektakulären Transfer von Superstar Cristiano Ronaldo im vergangenen Jahr beherrscht Juve damit erneut die Schlagzeilen im italienischen Transfer-Sommer. Buffon war von 2001 bis 2018 für Juve aktiv und wechselte anschließend zum französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain. Mit Italien wurde er 2006 Weltmeister, mit 176 Einsätzen ist er Rekord-Nationalspieler der Squadra Azura. Der Altmeister gilt nach wie vor als einer der besten Torhüter der Welt. Für viele Fans sind Buffon und Juve untrennbar miteinander verbunden.